Wir sind im zweiten Halbfinale des Sommerquizes 2023. Ich nehme das Ding so ernst, dass ich extra heute auf den See gegangen bin und mich komplett in Brock Lesnar rot gefärbt habe, nur um dieses Sommerfeeling herzustellen. Es heißt natürlich, kreide die Krone. Wer wird Sommerkönig off the Ring dieses Jahr, diese beiden Herren hier, links und rechts von mir, oben und unten und so, die haben sich durchgesetzt im Viertelfinale in sehr spannenden Runden. Der eine, das ist der Herr Flöter, der jetzt wieder da ist. Das war ja der komische Erfolg, den ich nicht verstanden habe. Das andere ist der Chris Melzig, den hier eh keiner kennt. Die haben diverse Leute rausgeschlagen und wir werden jetzt herausfinden, in der kommenden 30, 45, 60 oder vielleicht auch 90 Minuten, wir werden das sehen, wie wer dann am Ende gegen den TJ, unseren Sommerkönig, den Amtierenden, im Finale antreten wird, denn der hat sich schon in einem sehr, 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 sehr spannenden Duell gegen den Tobi durchgesetzt im Team TJT-Quiz-Halbfinale. Ja, TJ ist schon da, ihr wollt da ganz gerne hin. Ich begrüße euch ganz herzlich, Herr Flöter, und ich, deine Frage, die ich dir jetzt, also alle, es liegt uns wirklich auf, wo ist denn jetzt der Erfolg? Wo ist der Acapulco-Aluix? Warum bist jetzt du auf einmal da? Weil ich will dich nicht. Ich weiß nicht, was du möchtest. Ja, ich hatte ein Freilos in Runde 1. Ja, dementsprechend bin ich jetzt hier, um natürlich zu gewinnen. Und ich habe, ich habe schon gehört, der Chris, der macht schon leise Töne. Der macht schon leise Töne, der wird sich für mich hinlegen heute, weil was anderes kann der auch nicht. Ja, der kann der auch gar nicht. 1, 2, 3 ist hier Feierabend. Und dann kommt dieser TJ im Finale, ja. Das ist ja auch wieder so ein Fall, Obstwrestler. Da kannst du ja nix, da kannst du ja bloß hier Samtex und Baseball-Bets und Stühle und so. Da kommen wir auch. Komm, gar kein Ding. Ja, wer bist du? Ja, ich bin Chris mit K. Und ihr solltet mich mittlerweile kennen. Ich habe die erste Runde, den Maxxer geschlagen, easy peasy. Und es tut mir leid, aber es wird heute genauso laufen. Ja, warum knisterst du so? Hast du da so heimlich so Popcorn oder so? Warst du da gerade? Das ist die Tension, die Spannung hier in diesem Match. Ja, die Spannung wird gleich aufkommen. Denn, ja, wir machen gleich fünf Runden, genauso wie im ersten Halbfinale. Wir hatten vorher vier im Viertelfinale. Jetzt sind es fünf Runden und ihr habt vor der Show auf jede dieser einzelnen fünf Runden Punkte gesetzt. Ja, werde ich gleich nochmal groß erklären. Zwischen eins und fünf Punkte konntet ihr setzen. Insgesamt 15 an der Zahl. Und wenn ihr diese Spiele gewinnt, der Reihe nach, macht, dann bekommt ihr genau diese Punkte. War ein Unentschieden in einem Spiel. Verfallen beide Punkte auf beiden Seiten. Das wäre nicht so nett. Ihr dürftet natürlich wieder Notizen machen, wenn ihr das wollt. Ihr dürft aber nicht cheaten. Denn wenn ihr heute cheatet, dann fährt Braun Strowman mit euch Deutsche Bahn. Auch das wollt ihr nicht. Und damit ich nicht, es geht vor allem um mich, damit ich nicht so viele Fehler mache, wie ich bis jetzt, ich glaube, in jeder Runde gemacht habe, habe ich wieder auf dem Ohr den Rev Flo, ja, Hashtag Flo loben. Der ist ganz wichtig, weil ohne den kann ich nicht mehr. Wenn der hier irgendwas schreibt, dann macht sofort Alarm. Dann schreie ich auf und dann, ah, okay, dann weiß ich sofort, was Sache ist. Und was der sagt, das ist quasi unser Notar. Das ist dann auch gesetzt. Und wer dann noch meckert, der fliegt dann hier aber hochkant raus. Und Herr Flo hat jetzt schon eine Frage, Herr Flo. Ich möchte einmal ganz besonders den Rev Flo grüßen. Das ist ein guter Mann. Ich glaube, der ist auch mir sehr wohlgesonnen heute. Denn der wird hier vor Recht und Ordnung sorgen. Ja, das hat ja auch einen Grund, warum du nicht dabei bist, Herr Halbfinale. Ja, deswegen, ähm, Rev Flo besser macht. Ich habe jetzt einen Namen. In Viertelfinale hieß ich Viertelfinale. Jetzt heiße ich M.Weber. Das bin ich, das bin ich. Ich sage natürlich noch der Ordnungshalber dazu, dass wir wieder die Punkte sammeln. Wer im Viertelfinale und Halbfinale die meisten Punkte hat, bekommt im Finale schon mal einen Joker extra. Ich höre gerade vom Rev Flo. Grüße zurück an den Herr Flo. Ich hoffe, der bleibt jetzt weiter neutral, weil, äh, Chris, möchtest du dich auch noch einschleimen? Das wäre jetzt fair an dieser Stelle. Nee, hat er nicht nötig. Ja, der Rev. Brauche ich nicht. Ja. Brauche ich nicht, sagt er. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Und dann erkläre ich euch das Prinzip dieses Halbfinals. Denn es ist eigentlich einfach. Es sei denn, man ist dumm, dann ist es schwer. Hahaha. Geben wir mal in Runde 1. Ring, ring, ring. Das ist der Fragenhage. Wir machen fünf Runden insgesamt. Die werden wir dann auch durchspielen. Es geht nicht darum, in diesen Punkten, dass diese Punkte dieser Runden gesammelt werden, sondern ihr habt Punkte gesetzt. Und ich sage das jetzt schon. Ihr habt beide zwei Punkte für diese Runde gesetzt. Ihr konntet einsetzen, zwei, drei, vier oder auch fünf. Nur, dass ihr insgesamt 15 Punkte zur Auswahl hattet. Das heißt, es gilt für euch beide um zwei Punkte. Ich werde euch acht verschiedene Fragen stellen. Eine Buzzerrunde. Ich sehe, dass der Chris Melzi schon wieder aus dem Buzzerraum rausgeflogen ist und würde ihn bitten, sich dann neu einzulocken. Das kann durchaus öfter passieren. Durchfragen werden wir spielen. Ihr werdet dann buzzern. Sobald ihr buzzert, höre ich auf zu reden. Ja, dann müsst ihr dann die Antwort geben innerhalb von fünf Sekunden. Ich werde darauf achten. Wenn das zu lange dauert, dann schreie ich. Dann ist es vorbei. Dann bekommt der Gegner einen Punkt, wenn es falsch ist. Wir werden hier oben zählen. Das sind diese kleinen Zahlen da oben. Wir werden oben zählen, wer die meisten Punkte in dieser Runde holt. Und wenn dann am Ende nach den acht Fragen einer führt, bekommt dieser zwei Punkte in der Gesamtwertung. So einfach ist das nämlich. Und wenn ihr beide einen Gleichstand habt, habt ihr beide verloren. Dann sind die Punkte im Gesamtweg. Chris ist wieder da. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir rein. Ihr seid nervös. Ich weiß, ich bin auch nervös. Aber vor allem bin ich sehr gebräunt. Ich glaube, das wird bald braun. Wir werden das sehen. Ja, Weber, das ist gar kein Problem. Man muss einfach mal den Farbfilter bemühen, so wie ich das heute getan habe. Ich habe nämlich auch Lasibenson Brand auf meiner kleinen Nase. Wie die Nase des Mannes. So rot auch der Johannes. So auch sein Pär, ne? Ach, die erste Frage jetzt. Ihr passt jetzt auf. Der Buzzer ist freigeschaltet. Das werde ich mehrfach vergessen. Erste Frage. Es ist eine einfache Frage. Natürlich wisst ihr das beide. Achtung. Wie lautete die offizielle Match-Stipulation, als Roman Reigns sich bei Payback 2020 die Universal Championship sichern konnte? Ja, Herr Flöter grinst. Aber mit Buzzern will er nicht. Ja, Chris, leg doch mal vor. Ich gebe mir doch das. Das ist schon ein paar Jährchen her, ne? Roman Reigns damals hat sich den Gürtel geholt. Ist seitdem Champion. Für immer. Für immer Champion. Was war das für eine Stipulation? Komm mal. Herr Flöter, trau dich. Komm. Ne, ich wollte ja auch mal ein bisschen Vorsprung geben. Aber du nimmst ja nicht mal an. Ich weiß es natürlich, aber. Da geht der Trash-Jog schon los. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden, dann schließe ich die Frage. Muss ja keiner. Für was denn? Für was denn? Ich habe Zeit. Ich habe Zeit ohne Ende. Nein. Frage ist zu. Ihr sagt das nicht. Es war natürlich ein schniffes Thread-Match. Das ist klar. Gegen Brunstroman und den Fiend. Wir erinnern uns. Und die beiden haben alleine losgebrault. Roman Reigns kam ja erst am Ende raus und hat abgestaubt. Es war nämlich ein No-Halls-Bart-Match gewesen. Damals null Punkte auf beiden Seiten. Ärgerlich für euch. Zweite Frage. Achtung. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte natürlich das Thread gesagt. Ich auch. Das hat ja nicht gereicht. Das ist für mich. Ist ja auch egal. Zweite Frage. Der Buzzer ist freigeschaltet, weil ihr habt ja nicht gedrückt. Das ist einfacher für mich. Wer ist denn der einzige Wrestler, der zweimal zwei Matches bei einer WrestleMania hatte? Nachdenken hilft. Es gab nur eine. Herr Flöter, wer war das? Bret Hart. Bret Hart tauchte drin auf. Bret Hart ist aber leider falsch. Der Punkt geht an den Herrn Melzig. Hast du eine Ahnung? Hast du Melzig? Ja. Ich werde es gleich erklären. Es ist der Gegner gewesen von Bret Hart in beiden Fällen. Es ist Yokozuna. Erst bei WrestleMania 9 hat er gegen Bret Hart gekämpft und gegen Hulk Hogan. Und bei WrestleMania 10 gegen Lex Luger und am Ende gegen Bret Hart. Deswegen ist er der Einzige, der zweimal zwei Matches bei WrestleMania hatte. Ein Punkt für den Melzig. Dritte Frage. Ich muss den Buzzer freischalten. Ich weiß... Oh, die ist lustig. Wer waren die vier Mitglieder der Social Outcasts, die 2016 in der WWE ihren inneren Frust abließen? Die Social Outcasts. Großartige Gruppierung. Du willst alle vier Namen, oder? Ich will alle vier Namen. Könnte aber fast eine Liste draus machen. Chris, mach doch auch mal was. Ich habe doch jetzt vorgelegt. Also, drei habe ich drin, aber dann hört es auch schon wieder auf, ey. Ihr könnt ja zusammen tauschen. Du sagst halt, Flöter sagt ein, mal gucken wir zuerst vier hat. Es gibt Sachen, da muss man auch mal die Klappe halten einfach. Aber einfach mal ruhig sein. Zum Beispiel bei Bret Hart. Dann schließe ich die Frage. Herr Flöter, was sind deine drei? Zählt jetzt nicht mehr? Ne, ich habe keine drei. Social Outcasts war, das war die Zeit, kann ich ehrlich sagen, Heath Slater. Heath Slater war drin. Ja, der war drin. O'Dellis. O'Dellis war drin. Adam Rose. Adam Rose war drin und Curtis Axel. Ja, ihr siehst jetzt, was ich gesagt habe, zusammen habt ihr die vier zusammen. Das waren alles die unzufriedenen Wrestler. Ja, was soll's. Es gibt keinen Punkt. Vierte Frage. Ich bekomme übrigens noch einen Punkt. Das möchte ich dir anmerken. Hier steht Null. Ich kriege einen Punkt. Nein, kriegt er nicht. Regie zurück. Hier oben habe ich dir doch erklärt. Das sind die Punkte für dieses Spiel. Eins zu null. Hier unten sind die Gesamtpunkte. Zwei Punkte, wenn du dieses Spiel rühst. Und Marcel hat auch gesagt, Chris, jeder, der das nicht kapiert, ist blöd. Absolut. Ja. Damit meinte ich dich. Wir gehen über den Teich rüber. Ich weiß nicht, ob da ein Teich ist, aber wir gehen nach Chistonville. Florida. Oder tun wir das. Wir gehen zumindest zu AEW. Wo fand denn die erste Ausgabe von AEW Dynamite statt? Ich bin ja jetzt absoluter Dynamite-Experte neuerdings. Mich könnt ihr immer hören, zusammen mit dem Tobi, in der Dynamite-Review. Wo war die erste Ausgabe? Moment, Flöter. Herr Flöter, trau dich. Das sind aber auch zwei Fotos. Die drücken ja nie. Willst du eine Stadt oder willst du eine Halle? Ich will eine Stadt. In dem Fall. Eine Stadt genügt mir. Ja. Mach doch mal, Chris. Sag doch mal eine Stadt. Berlin zum Beispiel. Eine schöne Stadt. Kiel aus. Aber flutschiger, ne? Die haben mehr gedrückt. Ja, aber stellst du auch AEW-Fragen? Ja, Entschuldigung. Das guckt doch keiner. Ich schließe auch diese Frage. Jetzt war nicht Jacksonville. Es war Washington DC. Da kam deine beiden die ersten Folge her. Die Zuschauer haben es gewusst. Ihr schreibt natürlich fleißig im Chat rein. Und auch unten in die Kommentare. Die Interaktion. Immer super. Chris und ich, wir sind ja auch nicht blöd. Wenn du schon so sagst, ja, Jacksonville, Florida, da gehen wir hin. Ja, ist doch klar, dass das nicht ist. Ja, das ist mir aber auch erst da zwischendurch aufgefallen, dass ich damit eigentlich einen Tipp gegeben habe. Ja, das macht ihr. Ihr habt es doch sowieso nicht gewusst. Ist doch völlig wurscht. Fünfte Frage sind wir schon. Vielleicht ist das dem Herrn Flöter genehm. Ich weiß es nicht. Wie war der Ringname von Paul White in der WCW? Herr Flöter. The Giant. Giant. Ja, absolut richtig. Well, hier bist du The Giant. Das war der Giant. Das ist ja meine Zeit. Social Outcast, bitte nicht. Sechste Frage. Wasser reinmachen, bitte. Natürlich. Danke, dass du mich daran erinnerst. Als Buddy Rogers 1963 die erste WWF-Championship verliehen wurde, hatte die goldene Hauptplatte auf dem roten Ledergürtel welche bis heute nicht wiederholte Form? Eine meiner Lieblingsfragen. Schön antik. Buddy Rogers damals. WWF streng genommen noch. Der erste Gürtel, der erste WWE-Gürtel oder WWF-Gürtel der Geschichte. Wie sah der aus? Sehr markant. Ich habe einen vor Augen, aber ich weiß nicht, ob das der war. Das ist auch der, den Bruno Sammartino gewonnen hat und später wurde der dann geändert. Ich glaube, das war der, aber ich... Welche Form hatte die Hauptplatte? Melzi, das war vor deiner Zeit, ich gebe es zu. Herr Flöter war da schon 20 Jahre alt. Ja, ja. Er war da schon 20, ja, das ist das Problem. Ja, ja. Kurz nach Verendigung des Gymnasiums. Ich habe es genau zum Nachhinein geöffnet, Marcel. Komm, Flöter, trau dich, los. Nein. Ich sagte gleich, was ich sagen würde. Ja, dann schließe ich die Frage. Herr Flöter, was wäre es denn? Ich meinte, die war rechteckig. Ne, dann hättest du den Punkt abgegeben. Und dann war es ein anderer Titel. Das war die Form der USA. Sehr toll. Das war so ein roter Ledergürtel und dann hast du da so Gold drauf. Das war der allererste WWE-Gürtel mit so einer Platte der USA. Deswegen buzzert man nicht, wenn man keine Ahnung hat. Ich muss die Buzzer auch nicht freigeben. Das ist total einfach. Wir haben noch zwei Fragen, ne? Es steht eins zu eins. Siebte Frage. Buzzer doch mal. Mach schauen. Bei Vengeance 2011, das ist auch Flöters Zeit, brach in einem denkwürdigen World Heavyweight-Title-Match zwischen Big Show, Whale, und Mark Henry, der Ring zusammen. Die Show war damit jedoch noch nicht zu Ende. Welches Match fand danach noch in und um den kaputten Ring statt? Das ist der Meltstick. World-Title-Match zwischen Daniel Bryan und Big Show. Nee. Cash on? Nee. Verdammt. Aber so gar nicht. Big Show hat doch gerade eben gekämpft. Herr Flöter hat es natürlich nicht mehr gewusst, ne? Ich war nämlich selber überraschend. Ich habe das letztens zufällig noch mal gesehen, ne? Und deswegen habe ich die Frage gestellt, ne? Die kämpfen da? Das ist ja legendär. Bumm, der Ring geht kaputt und dann denkst du, die Show ist zu Ende. Nein! John Cena gegen Alberto Del Rio haben noch gekämpft um den WWE-Title. Ein Last Man Standing Match. Und das fand sowohl nicht im Ring als auch drumherum statt. Ja. Ist ja auch egal. Herr Flöter kriegt den Punkt 2 zu 1 damit für den Händler. Ich habe hier Probleme mit meinen Kopfhörern, ja? Der sagt mir, deswegen habe ich jetzt die Antwort auch nicht verstanden. Aber ist ja auch egal. Der Punkt ist bei mir. So, jetzt bin ich am Strom und weiter geht's. Oh, man hätte sich aber auch vorbereiten können, ne? Entschuldigung. Dann gewinnt er das, weil der Melzig das nicht weiß. 2 zu 1. Letzte Frage. So, Wasser frei gegeben, bitte? Ja, kommt gleich. Ich möchte jetzt nur eben ein bisschen Spannung machen. Wenn Melzig jetzt den Punkt holt, ist unentschieden. Dann kriegt er ja nicht. Wenn Melzig den Punkt jetzt nicht holt, dann hat Herr Flöter gewonnen. Herr Flöter kann natürlich auch falsch antworten. Das ist halt das Ding. Kurz und knackig. Wer, wer überreichte Cody Rhodes bei Double or Nothing 2020 die erste AEW-CMT-Championship, Herr Flöter? Scheiße, ich, nein, Bret Hart war der Haupttitel, ne? Ich sag Bret Hart. Bret Hart ist? Leider falsch, tatsächlich. Das war der Hellfire-Title. Ja, der TNT-Title, das war natürlich Mike Tyson, der zwischendurch ist eingeschlafen. Sehr wohl. Ja, damit haben wir jetzt heute das Spiel Nummer 1 ist zu Ende. Chris, hab ich gern gemacht für dich. Die Spannung ist schon unten. Damit entfallen eure Punkte und wir bleiben weiter 0 zu 0. Oh, gut. Ja, das ist ja schade. Der Chris Melzig, woran hat es gelegen. Ja, schwierige Runde. Wir sind einfach beide. Machst du nichts. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Nein, nein, ich schieb dir gar nicht die Punkte zu, weißt du? Weil ich will ja auch, ich brauche ja auch diesen Joker im Finale gar nicht gegen TJ. Den schlage ich auch so. Ja, da bin ich mir sicher. Denn jetzt gehen wir in Runde 2. Ab hier schätzt. Da sind wir mit den Schätzfragen. Wir machen wieder vier Schätzfragen. Alles heute übrigens ohne thematischen Bezug, genau wie im ersten Halbfinale. Ihr habt jetzt unterschiedlich gesetzt. Das ist sehr spannend, denn der Chris Melzig hat vier Punkte gesetzt. Der traut sich das zu. Der Flitter war ein bisschen zurückhaltend und hat zwei Punkte gesetzt. Das kann jetzt natürlich schon vorentscheidend sein. Ihr habt jetzt weiterhin euer Textfeld. Das Ding ist offen. Ihr schreibt da einfach eure Zahlen rein. Wer im nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wenn ihr genau richtig liegt, dann bekommt ihr sogar zwei Punkte. Und das wird wieder hier oben angezeigt. Nicht vergessen. Ich stelle euch die erste Schätzfrage. Wie viele Tage lang war Brock Lesnar von New Japan Pro Wrestling anerkannter IWGP Heavyweight Champion? Noch einmal, weil ich nicht lesen kann. Wie viele Tage lang war Brock Lesnar von New Japan Pro Wrestling anerkannter IWGP Heavyweight Champion? Ihr seid natürlich Experten, deswegen wisst ihr genau, was ich meine. Ich kann es gleich nochmal erklären, warum die Frage so formuliert ist. Ihr habt beide was geschrieben. Herr Flöter, wie viele Tage waren es? Es war natürlich genau 31. Melzig. Chris? Ich sage einfach 102, ja. Ich sage 102. 102. Ist halt falsch, aber sag das nicht. Ja, ist es falsch, aber es ist näher dran. Chris kriegt den Punkt. Es sind 280 Tage. War Brock Lesnar in Japan der Champion. Und dann ist er nämlich gegangen und dann gab es einen neuen Gürtel und so weiter. Und dann ist halt die Frage, wie lange zählt die Regentschaft? Deswegen muss sich die Frage etwas anders stellen. 1 zu 0 für den Chris Melzig. Zweite Schätzfrage. Wie viele Zuschauer insgesamt wurden von der WWE für beide Nächte von WrestleMania 39 angegeben? Wir wissen, wie immer ist das nicht die richtige Zahl. Aber ich möchte wissen, was ist die offizielle Zuschauerzahl für beide Nächte zusammen? WrestleMania 39, die aktuelle. Herr Flöter. 172.000. Aha. Das ist lustig. Geil. Ich habe zufällig auch 172.000. Das stellt man sich mal vor. Damit kriegt ihr in dem Fall beide einen Punkt. Yay. Es waren 161.892. Aber das spielt ja noch keine Rolle mehr. Moment. Gab es nicht mal bei... Ach nee, war ja. Und was war die das richtige Antwort? 161.892, Herr Flöter. Wilde Punkte. Du hast gerade elf Punkte auf einmal gehabt. 2 zu 1 für den Chris. Was wollte ich jetzt meckern? Nein. Was? Nee, nix. Alles richtig. Nix. Ich, ja. Außerdem haben wir ja den Redflow im Ohr. Also du. Und deswegen, wenn hier irgendwas falsch gewesen wäre, dann hätte der es ja gesehen. Das ist ein guter Mann. So einen brauchst du immer auch. In Podcasts brauchst du so einen. Ist auch für mich viel angenehmer, weil ich kann machen, was ich will. Wenn ich irgendeine Scheiße baue, bam, habe ich hier die Nachricht. Wunderbar. Dritte Frage. Schätzfrage. Wir machen nur vier, ne? Wie viele volle Jahre alt ist Jack Perry? Der war mal so ein Jungle Boy. Volle Jahre? Ich weiß nicht genau. Ja, wie viele Jahre alt? Das ist jetzt eine gute Frage. Melzig, du fängst an. Wie viele hast du gesetzt? Ich sage, Jack Perry ist 26. Aha. Und der Flöter? Ich sage, er ist 27. Ich weiß, dass er unter 30 ist, aber ich meine, der ist älter, als man manchmal denkt. Und wir hatten neulich mal eine Liste, Marcel. Wir hatten neulich mal eine Liste. Da waren die besten Wrestler unter 30 drin. Er war ja auch dabei. Deswegen war ich mir sicher, er ist nicht über 30. Immerhin. Hättest du die mal besser gelesen? Ach, lass mich doch mal ruhen. Einer von euch ist genau richtig. Und das ist nicht der Herr Flöter. Chris Melzig, zwei Punkte. 26 Jahre alt ist der. Aha. Und damit hat der Melzig jetzt schon dieses Spiel gewonnen. Es ist nur noch eine Folge offen. Der Flöter kann maximal zwei Punkte holen. Was soll das? Ärgerlich. Für die Punkte? Das spielt ja jetzt keine Rolle. Es sind ja diese Punkte, die unten zählen. Diese Punkte sind das, die am Ende gezählt werden. Komm, hau raus. Ich weiß es. Komm, hau raus. Ich sage dir die genaue Antwort. Ich werde dir gleich diese Frage stellen, weil da ist jetzt ein kleiner Witz dabei. Den hätte ich eigentlich gerne gemacht, aber ist das egal. Erstmal freuen wir uns, Herr Melzig. Vier Punkte. Der Flöter hat seine zwei leider verloren. Und wir gehen rein in Spiel Nummer drei. Das ist der Listemann. Wir kennen es. Wir kennen in der Liste mal die Punkte oben wieder auf Null gesetzt. Wir werden drei Listen spielen. Drei. Damit es nicht so selten, also nicht so oft einen Gleichstand gibt. Bei zwei ist es natürlich eher so der Fall. Deswegen habe ich drei genommen. Ich werde euch gleich eine Kategorie nennen. Da gibt es verschiedene Antworten, wie immer. Und ihr schreibt dann auf, wie viele ihr euch zutraut zu nennen. Wer am meisten tippt, der bekommt die Liste. Schafft er es, diese Anzahl zu nennen, kriegt er den Punkt. Schafft er es nicht, kriegt der Gegner den Punkt. Das ist ganz einfach. Und ich stelle die Schätzfrage nochmal an den Herrn Flötern. Nur an den Herrn Flöter. Denn die Schätzfrage, die vierte wäre gewesen, wie viele Tag-Team-Partner hatte Natalya in der von der WWE übertragenen Matches? Damit gemeint sind ausschließlich Zweierteams, keine Hausshows, aber auch NXT und Mix-Match-Challenge. Wie viele Tag-Team-Partner hatte Natalya, Herr Flöter? Alle 200 natürlich. Alle 200. Welzig. Mehr oder weniger als 200? Weniger. Ja, es sind weniger, es sind 40. So, und jetzt ist der Witz, ihr habt jetzt 40 getippt und der Witz ist, die Liste dauert. Da heißt es jetzt, ich möchte gerne von euch die Tag-Team-Partner von Natalya in der WWE übertragten Matches nennen. Das ist sehr lustig. Es sind zufällig 40 an der Zahl. Ihr schreibt jetzt auf, wie viele ihr kennt. Ich sage nochmal genau, was ich meine. Also ich meine wirklich nur Tag-Teams, also keine Survivor-Series-Matches oder Multi-Women oder irgendwas. Das ist einfach nur Natalya plus eine andere oder ein anderer Partner gegen andere Zweierteams. Das ist gefordert. Keine Hausshows, dann wären es wahrscheinlich wirklich 200. Es gibt auch NXT-Matches dabei, es gibt auch Mixed-Match-Challenges dabei. Also es sind durchaus auch männliche Kandidaten dabei. Das ist gesucht. 40 Stück, wie viel traut ihr euch zu? Schreibt das bitte rein. Drei Listen wird es geben. Das heißt, wenn einer zwei Punkte hat, dann hat er schon gewonnen. Und dann kriegt er, ich sage es, zwei Punkte. Er meldet sich. Ein Punkt der Herr Flöter. Herr Flöter ist sehr zurückhaltend am Anfang gewesen. Eieieieiei. Also ich frage noch mal nicht. 40 sind 40 einzelne Namen. Ja, keine Doppeldenken. 40 einzelne Namen, ganz genau. Die haben in verschiedenen Matches natürlich gekämpft. Es sind Namen dabei, ihr glaubt es nicht. Natalya ist eine Veteranin, so würde ich das positiv bezeichnen. Die steigt auch mit jeden in den Ring. So eine ist das. So eine ist das. Tja, Melzig. Jetzt bist du gefordert. Ein Connoisseur des Frauenwrestlings. Aber danke, dass ihr mir gerade diesen Witz kaputt gemacht habt. Dass ich einfach die vierte Frage nicht mehr, ne? Also. Melzig, du musst was reinschreiben. Ach, easy. Melzig hat was reingeschrieben. Herr Flöter, möchtest du dabei bleiben? Ja. Ja, okay. Wie viel hast du denn her, Chris Melzig? Ich hab nur fünf. Ich bleib da ganz. Fünf traut sich nicht viel zu. Ja, Herr Flöter, wie viel hast du? Ein. Ein? Ja, das nennt sich da wohl verzockt. Ich glaube fünf. Warum stellst du mir schon wieder Frauenfragen? Es ist immer das Gleiche mit dir, Marcel. Es tut mir leid. Ich dachte, du kennst dich mit Frauen aus. Also das kann ich auch nicht. Ja, aber er kann ja einen falschen nennen und dann ist es schon vorbei. Einen falsch oder, ich sage nochmal, einen doppelt nennen. Das war im Halbfinale ein Problem, habe ich das vergessen zu sagen. Wenn ihr etwas doppelt sagt, ist es genauso falsch. Dann ist es auch vorbei. Chris Melzig, Sie sind gefordert, mir fünf Tag-Team-Partner oder Partnerinnen von Natalya zu nennen. Sind alle fünf richtig? Kriegst du diesen Punkt auf der Liste? Okay. Ich sage Shayna Baszler. Shayna Baszler? Ja, ist richtig. Ja. Okay. Großes Tag-Team gewesen damals. Ja, Elisha Fox. Elisha Fox, ja. Großes Tag-Team gewesen damals. Hm, Liv Morgan. Kommst du denn auf Elisha Fox? Ich weiß auch nicht. Liv Morgan, noch ein großes Tag-Team. Ja, ist stattgefunden. Okay. 2-9. Ja. Tyson Kidd. Komm mal auf, sie googeln. Tyson Kidd? Selbstverständlich. Also in verschiedenen Konstellationen, alles mit Tyson Kidd gemacht. Sowohl on-air als auch off-air. Und einen noch. Das ist der Moment, an dem einem keine einzige Wrestlerin mehr einfällt. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Denk an die Mixed Match Challenge. Mit Mixed Match Challenge. Lies die gleich alle vor. Keine Angst. Wir haben Zeit. Boah. Mixed Match Challenge. Die 5 Sekunden sind aber lange rum, Marcel. Bestimmt irgendwann mal mehr. Bei der Liste kann man länger. Ah, bei der Liste kann man länger. Okay, warte. Dann lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Ach so. Ja, komm mal auf ein paar Sekunden. Auf einmal. Ja, ey. Ich habe eine Sekunde. Der TJ wartet im Finale. Da war doch bestimmt mal Charlotte. Charlotte Flair war eine Tag Team-Farinderin von Natalja. Tja, die Liste geht an Herrn Melzi. Hat Herr Flöter gehofft, dass er mehr sagt. Hat er nicht. 1 zu 0. Ich lese sie jetzt alle vor. Und Herr Flöter macht dann jeweils einen Gesichtsausdruck, wie er dieses Tag Team gefunden hat. Alexa Bliss. Bayley. Becky Lynch. Wes Phoenix. Billy Kay. Bobby Root. Bobby Root. Carmella. Bobby Root. Selbstverständlich. Emma. Eva Marie. Eve Torres. Gail Kim. Der Great Khali. Hat's gegeben. Caitlin. Kelly Kelly. Kevin Owens. Kevin Owens. Man überlege sich mal. Lacey Evans. Lana. Lash Legend. Layla. Maurice. Maxine. Wer immer das war. Michelle McCool. Naomi. Naya Jax. Paige. Ronda Rousey. Rosa Mendes. Shinsuke Nakamura. Auch das möchte man nicht meinen. Shotzi. Sonja Deville. Summer Raider. Mida Tishtetis. Und Victoria. Es ist eine illustre Karriere von dieser Frau. Natalja. Ja, ich gebe ja zu. Ich gebe ja zu. Ich hätte ein paar Namen mehr genannt. Aber ich dachte mir, vielleicht geht da höher rein. Irgendwie 9 oder 10. gehen, ja. Und dann wäre es schon schwieriger geworden. Hat er nicht gemacht? Ja, könnte er aber lesen. Ja. Schlecht. Vorher hätte das besser gemacht. Es gibt mich doch immer. Das weißt du doch. Wir bleiben in der WWE. Mal gucken, was du da jetzt so alles gibst. Jetzt ist nämlich eine uninteressante Frage. Muss ich auch erklären. Zweite Liste. Und zwar möchte ich jetzt von euch wissen. Originals auf dem WWE Network, die aktuell unter entweder Serious Spotlight oder Featured Serious gelistet sind. Das sind 22 Stück. Das heißt, ich erkläre das, wenn ich jetzt das Network öffne. Neue Version. Und klicke dann auf Originals. Das sind dann die Shows oder die Serien, Sendungen, Dokumentationen, die von der WWE auf dem Network produziert werden. Da sind natürlich sehr viele Namen, bei denen man auch kennt. Ich möchte jetzt kein Beispiel nennen. 22 Stück erscheinen unter Serious Spotlight. Das sind also die ganz krassen. Und Featured Serious, das sind die, die gerade aktuell im Angebot sind. Oder aktuell, dass die gefragt sind. Es gibt sehr viele andere Shows, die sind nicht auf dieser Liste. Die sind einfach vor längerer Zeit gelaufen. Oder da gibt es keine neue Staffel mehr. Oder was auch immer. Aber was sind aktuell die angesagten Network Originals? Jetzt schreibt es eine Nummer rein. Der Chris Melzig ist leider rausgeflogen. Aber das macht ja nichts, weil wir haben ja Zeit. Überlegen Sie. Geht um zwei Punkte für den Herrn Melzig. Wenn er jetzt diese Liste richtig hat, hat er die. Dann kann der Flöter nicht mehr rankommen. Und am einen für den Herr Flöter, der sich natürlich nicht getraut hat. Das ist klar. Flöter hat auch schon eine Zahl reingeschrieben. Herr Melzig hat auch eine Zahl reingeschrieben. Dann drehen wir es doch mal um, Herr Flöter. Herr Flöter, was meinen Sie denn? Wie viele glauben Sie zu kennen? Naja, fünf kriege ich hin. Fünf. Und er Melzig. Dann mach du mal. Ich habe drei reingeschrieben. Ich bin gespannt. Drei. Das wird wahrscheinlich Diskussionen geben. Aber ich habe die Frage eindeutig geklärt. Er kann das jetzt nachgucken. Also nach dem Match. Danach. Jetzt nicht nachgucken. Dann sag doch. Fünf Stück. Es könnte tricky sein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die Weeklys da drin sind. So, das ist mein Problem. So, nein, das kann ich dazu sagen. Das ist ja In-Ring. Also es sind keine Wrestling-Shows. Das kann ich sagen. So, dann haben wir schon ein Problem. In-Ring und Originals. Da haben wir schon ein Problem. Gut. Eine Serie heißt auf jeden Fall Best of. Best of WWE. Absolut. Eins hat er schon. The Bump. The Bump, ja. Siehst du, geht aus. Es ist ein Sportfight sogar. Wie hieß Smack Talk? Der fragt er halt. Ja. Ich frage den Ref-Flo, ob ich das durchgehen lassen sollte oder nicht. Die alten Folgen sind da auch drin. Also von daher. Ja, aber nicht. Ja. Ich frage. Talking Smack. Mein Gott. Das heißt auch nicht Talking Smack aktuell. Ich fürchte. Aber mal gucken, was der Ref-Flo ist. Dafür haben wir ihn. Dafür haben wir ihn doch da. Du hast dich ja genug eingeschleimt. Ich weiß genau, welche Show du meinst. Vielleicht zählt das. Vielleicht auch nicht. Sie heißt aber nicht. Also die hieß auf jeden Fall Smack Talk. Und die Folgen sind auch da drin. Sie hieß Talking Smack. Ich kann es ja jetzt sagen. Und sie heißt aktuell SmackDown Lowdown. Ja, gut. Also Ref. Ref. Der Ref-Flo ist salomonisch. Er sagt, wenn du mir sechs sagst, dann darfst du weitermachen. Das heißt, wir lassen die Antwort einfach raus. Der Zack. Ja, gut. Okay. Wir lassen die Antwort auf. Guter Ref. Das ist zwei hast du jetzt. Ja. Drei müssen noch. Pass auf. Es gab noch diese, ich weiß aber nicht, ob die noch in der Feature-List ist. Southpaw Wrestling. Ist nicht mehr in der Feature-List. Ich weiß genau, was du meinst. Ich hab's geliebt damals. John Cena. Großartig gewesen. Guckt euch das an. Es ist vertreten. Es ist weiter unten. Wenn man runterscrollt, dann sind die ganzen anderen Originals, da ist es nicht dabei. Aber es sind so viele. Du hättest den Raw Talk, der wäre gewesen. Miss and Misses, die Total Bellas, Total Divas, Undertaker's Last Ride haben wir noch. Broken Skies. Okay, die Reine. Alles dabei. Die Hall of Fame. Nee, WWE 24 haben wir gehabt. Timeline. Oh, stimmt. Alles dabei. Alles dabei. Table for Three haben sie gerade neu aufgelegt. Ja, schade. Melzig, ich fürchte, Herr Flöter, der Melzig hat den Punkt geholt. Diese Liste geht an den Chris Melzig. Und ich fürchte, und ich fürchte, ja, dass ich richtig gesetzt habe. Weil ich hab nur einen Punkt hier gesetzt. Du hast nur den einen Punkt verloren. Der Melzig bekommt genau jetzt seine zwei, die er gesetzt hat. Und dann führt er mit. Sechs zu Null nach drei von fünf Spielen haben wir im ersten Halbjahr auch gehabt. Tobi hat gefühlt mit acht zu null und hat dann noch mit neun zu acht verloren. Also durch ist hier noch gar nichts. Denn wir gehen rüber in Spiel Nummer vier. Natürlich. Natürlich. Knackige, kurze, knackige Runde. Wir brauchen wieder das Texteingabefeld. Ihr seid noch mit drin. Die Runde heißt wahr oder falsch. Ich werde euch gleich fünf Behauptungen nennen. Und ihr sagt einfach, ist die wahr oder ist die falsch? Falsch. Falsch ist sie schon, wenn auch nur ein kleiner Fitzelchen falsch ist. Also wenn irgendwas da drin nicht richtig ist, dann ist sie schon falsch. Wenn ihr das richtig habt, kriegt ihr den Punkt. Ihr beschreibt das beide auf. Wenn ihr das richtig habt, kriegt ihr keinen Punkt. Es geht einfach nur darum, wer weiß am Ende mehr. Gesetzt habt ihr selbstverständlich auch. Und jetzt geht es natürlich in die Vollen. Das ist das Spiel. Da hat der Herr Chris Melzig vier drauf gesetzt. Und der Herr Flöter fünf. Vor ihm kann man sich das ja jetzt schon ausrechnen, weil der war sehr sparsam am Anfang. Es geht um die vollen fünf Punkte. Damit wäre er zwar nicht vorne. Er hätte dann aber im Finale eine große Chance. Wenn der Melzig dieses Spiel jetzt schon gewinnt, dann ist der Herr Flöter raus. Und dann haben wir ein Finale. Chris Melzig gegen den TJ. Mhm. Ich will ja keinen Druck machen. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich vermute auch. Dann ist jetzt meine erste Behauptung. Ist die wahr oder falsch? Die WWE veranstaltete 1953 ihre erste Show unter der Bezeichnung Worldwide Wrestling Federation. Ist das wahr oder falsch? Ihr habt beide was geschrieben. Herr Flöter, wahr oder falsch? Flöter? Ach so, soll ich einfach sagen? Falsch. Ja. Falsch. Und meldet sich stattdessen? War später. Ich sag, es ist wahr. Er sagt, es ist wahr. Und der Flöter gibt schon die Antwort. Es ist falsch, denn? 63 oder so war die ersten. W-W-W-F. Die WWE wurde gegründet als Capital Wrestling Corporation. 1953. Dann lief auch das erste Match in Zusammenhang mit der NWA. 1963 ging es dann los. Da startete dann auch Buddy Rogers, die wir gerade schon erwähnt haben. 1 zu 0 für den Herrn Flöter. Zweite Aussage. Der Vater von Chris Jericho, Ted Irvine, war lange Jahre als Eishockeyspieler in der NHL-Akunftsfamilie. Spielte dort aber nie bei einem kanadischen Verein. Ist das wahr oder falsch? Wir machen fünf Aussagen. Also noch alles easy. Und die haben schon wieder anders getippt. Der Melzi hat gesagt. Das war. Und Herr Flöter stattdessen falsch. Ich habe gesagt, der ist falsch. Und ich sage dir warum. Der war Eishockeyspieler. Aber irgendwas stimmt hier nicht an der Frage. Weiß dann die Wachse. Danke. Gut aufgeklärt. Ich habe diese Frage aufgeschrieben. Oder diese Behauptung aufgeschrieben. Und ich würde nie lügen. Die ist absolut korrekt. Es wird unterschlagen. Ja, der Vater von Chris Jericho ist oder war ein bekannter Eishockeyspieler. Er hat bei vier NHL eingespielt. Aber alle in den Staaten und keine in Kanada. Deswegen ist das korrekt. Ja, das wusste ich. Ich war schon da getriggert, weil ich mir nicht sicher war, ob es in der NHL war oder in dieser kanadischen Liga. Deswegen. Ich dachte, das ist so eine Banane. Das muss wahr sein. Das schon wirklich. Das wusste ich schon, dass er Eishockeyspielte. Aber wo? Weiß ich ja nicht. Ja, jetzt sind wir mehr verfolgt. Selber schuld. Dritte Aussage. Jim McIntyre war sowohl NXT, Evolve als auch TNA World Champion. Ist das wahr oder falsch? Jim McIntyre war ja TNA World Champion und Evolve Champion und NXT Champion. Oder ist diese Aussage einfach falsch? Chris hat etwas reingeschrieben. Herr Flöth hat etwas reingeschrieben. Und diesmal seid ihr euch beide einig. Ich nehme es vorweg, dass es wahr ist. Und es ist auch wahr. Tatsächlich Punkt für beide. Jim McIntyre war, als er nicht mehr in der WWE war, als Drew Galloway sehr erfolgreich, kam dann zurück und ist noch mehr erfolgreich. Die Aussage war wahr. Vierte Aussage 2 zu 2 steht es hier. ECW veranstaltete einst den Pay-Per-View Malice at the Palace, bei dem sowohl der Sandman als auch Tommy Dreamer ihr Debüt für die Company gaben. Ist das jetzt wahr oder falsch? Malice at the Palace. Ein ECW Pay-Per-View, als der Sandman und Tommy Dreamer in einer Nacht ihr Debüt gaben. Auch jetzt hat er das Gleiche gesagt. Chris, warum laufst du, dass es falsch ist? Ich habe absolut keine Ahnung, aber... Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich hab auch gefühlt gesagt, nein. Ich sag's dir. ECW hat erst 1997 angefangen, Pay-Per-Views zu veranstalten. Richtige Pay-Per-Views. Und da gab's diese Veranstaltung definitiv nicht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, dass es die Veranstaltung überhaupt gab. Ja, Herr Flöter, da bist du auf dem richtigen Rennen. Ja, ist richtig. Also zum einen Tommy Dreamer und die Sandman, die haben nicht gleichzeitig debütiert. Das ist nicht der Fall. Und der Malice at the Palace ist eine Massenschlägerei mit Zuschauern bei einem Basketballspiel in die anderen Pacers gegen DJ Piston 2004. Das hat gar nicht mit Westing zu tun. 3 zu 3. Und davon abgesehen, wie gesagt, Debüt von Dreamer, das war viel zu früh. Das war niemals Pay-Per-View schon. Die waren erst 1997, 1998 sind die erst mit Pay-Per-Views gestartet. Wenn er mal was weiß, dann wird er auf einmal laut, ne? Merkt ihr das? Jetzt ist das Ding so. Ich habe noch eine letzte Aussage. Es steht 3 zu 3. Und der Flöter hat im letzten Spiel nur noch 5 Punkte, die er gesetzt hat. Ihr habt das ja ausgerechnet. Er hat schon 10 gesetzt. Im letzten gibt es nochmal 5. Sollte jetzt keine eindeutige Lösung geben für den Herrn Flöter. Das heißt, er gewinnt den Punkt und er meldt sich nicht. War's das? Ist das Halbfinale vorbei? Finito. Ende aus. Dann ist er meldt sich im Finale. Und der Jonathan. Hallo. Was passiert jetzt? Was geht denn ab? Da crasht gerade jemand das Sommerquiz. Du bist doch erst im Finale dran. Mein lieber Rap-Flow, könnten wir mal kurz verifizieren, dass hier nicht bis unten alleine gespielt werden. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Der hat bestimmt vorgesagt. Oh, jetzt höre ich euch auf. Die letzte Frage. Hallo. Du bist jetzt im Finale dran, habe ich gesagt. Oh, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Mann, ey. Ich bin schon ganz aufgeregt, obwohl ich nur im Nebenzimmer bin. Ich höre, oder ich spüre, wie die Spannung knistern. Ja, ja. Das Mikro auch. Ja. Bitte. Chris, ist das in Ordnung? Ja. Refflo, ist das in Ordnung? Der Johnny spielt ja eine letzte Frage, oder? Warte, wie steht's denn? 6 zu 0. Der Refflo sagt, das muss doch mal geprüft werden, ob Chris alleine geküsst hat. Ich glaube, haben wir da irgendwelche Aufnahmen? Habt ihr zufällig eine Überwachungskamera, oder ist da ein Zeug? Der Reff hat nichts gesehen, hier ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich mache dir selbst Behoffnung. Es kann sein, dass der Flitter jetzt durch ist. Das war's. Ende aus. Er ist gefordert. Er muss jetzt alleine richtig sein, ansonsten, äh. Ich lese die Behoffnung vor. Ich fahre doch jetzt erst falsch. Bevor. Oh, ich bin so gespannt. Meine Güte. Uh, okay, sorry. Der crushed das einfach, ne? Das ist nicht nett. Ich bin der Quizmaster, ich darf das sagen. Bevor Finn Balor beim Summerslam 2016 in Brooklyn erster Universal Champion wurde, übte das Make-Up-Team das Demon-Painting an MJF als Body-Double. Ist das wahr oder falsch? Falsch. Ich lese sie nochmal vor. Bevor Finn Balor beim Summerslam 2016 in Brooklyn erster Universal Champion wurde, übte das Make-Up-Team das Demon-Painting an MJF als Body-Double. Wahr oder falsch, Herr Flöter muss alleine richtig sein, ansonsten ist diese Runde maximal unentschieden. Er bekommt seine fünf Punkte nicht und kann dann nicht mehr in der letzten Runde überholen. Wir haben gesetzt. Johnny hat gesetzt. Was sagt denn der Johnny? Stellvertretend für den Chris. Gab's noch nie im Sommer-Quiz. Boah. Also ich muss gestehen, ich musste raten, aber ich habe Nein gesagt. Weil? Was hast du für eine Vermutung? Ähm, ich... Marcel, du bist ja ein Mann der blühenden Kreativität und das klingt für mich wie eine Frage, die du aus deiner blühenden Kreativität erfunden hast. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Achso, blühende Kreativität. Melzig, hättest du das dann auch gesagt oder hättest du gesagt, wer war? Bitte? Nochmal bitte. Ob der Melzig... Der Melzig, der hört es jetzt gar nicht. Hätte der Melzig das auch gesagt? Hättest du es auch gesagt, Chris? Ja, stimmt. Einfach zu. Oh, er hat es auch gesagt. Aber um der FG, alt war der da? Zwölf oder so? Das kommt gar nicht an. Der Flöter hat es schon so gemacht. Der Flöter sagt nämlich... Es ist wahr. Und dementsprechend, ich muss ja eine andere Antwort geben. Und Johnny hat es sich selber verraten, weil er sagt, es ist falsch. Und ich weiß, dass das Painting geübt worden ist. Ich weiß aber nicht, wann es war und ob es mit MJF war. Aber ich weiß, dass sie die Geschichte geübt haben. Und deswegen gehe ich jetzt natürlich auch wahr, weil die Frage jetzt gleich war. Ja, die Aussage. Und dementsprechend bin ich hier weiter im Finale gleich. Das ist tatsächlich so. Finn Balor, SummerSend 2016, Brooklyn University Champion. Das ist die Schichtbücher. Er meckert ja heute noch. Es gibt ein ganz berühmtes Bild. Da steht MJF. Man kann ihn erkennen im Finn Balor Demon Painting. Er wurde genauso bemalt wie Finn Balor in dieser großen Nacht. Damit ist die Aussage wahr. Und dann bekommt der Flöter den Punkt und hat fünf Punkte. Jawohl, wir kriegen das jetzt. Ja, ist das spannend. Johnny macht das spannend hier. Der weiß, wie es geht. Auch mal in den Legitim das Ding hier. Ja, Mann. Ich bin doch hier für die Dramatik und die Nierfors. Aber Chris, die letzte Runde lasse ich wieder nicht allein spielen. Viel Spaß. Ich denke auch. Ey, das ist ja, das ist spannend. Ich dachte schon, das ist halb erste Halbfinale wäre spannend. Gibt es die zweite Aufholjagd? Erfolgreiche Aufholjagd. Wir machen das letzte Spiel. Spiel Nummer fünf. Schnell weiter. Was bin ich, heißt es hier. Und wer rechnen kann, der weiß, dass Herr Flöter noch fünf Punkte übrig hat. Er hat sich das für ganz hinten aufgeholt. Und der Chris hat drei Punkte gesetzt. Ist in dem Fall dann gar nicht mehr so wichtig, weil er ja sowieso führt. Aber fest steht, wenn dieses Spiel an Herrn Flöter geht, ist er im Finale gegen TJ. Wenn es unentschieden ausgeht oder wenn Herr Melzig gewinnt, dann ist Chris Melzig gegen TJ im Finale. So sieht es nämlich jetzt aus. Wir werden jetzt insgesamt, und die werden wir auch alle spielen vermutlich, wir werden drei Bezeichnungen, Begriffe, Kategorien, Wrestler, irgendwas, was mit Wrestling zu tun hat, werden wir suchen. Drei Begriffe. Was bin ich? Zu diesen drei Begriffen habe ich bis zu acht Erklärungen. Acht einzelne Rubriken, die ich nacheinander vorlese. Die werden immer leichter. Das heißt, wenn ihr nach acht verschiedenen Aufzählungen das wisst, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr das aber schon bei der allerersten wisst, bekommt ihr acht Punkte. Die werden dann hier oben gezählt. Das ist ja nur für dieses Spiel. Da addieren wir sie auf. Und wer am Ende nach diesen drei Listen in diesem Spiel die meisten Punkte hat, bekommt entweder fünf Punkte Herr Flöter oder drei Punkte Herr Melzig. Ist das klar? Wir brauchen den Buzzer für dieses Spiel. Ist klar. Ist doch klar. Ich bin ja richtig hoch. Ist klar. Wenn ihr buzzert, habt ihr wieder nur diese fünf Sekunden Zeit. Ich werde darauf achten. Nennt dann eure Antwort. Ist die Antwort richtig? Bekommt ihr die Punkte? Je nachdem, bei welcher Frage wir sind. Ist die Antwort falsch? Bekommt der Gegner einen Punkt. Und danach geht es sofort weiter. Ich schalte den Buzzer frei und ihr könnt so viel falsch sagen, wie ihr wollt. Das ist egal. Es gibt immer einen... Also die Liste ist nicht durch? Die ist da nicht durch. Es geht immer weiter. Das heißt, ihr könnt auch taktieren. Ich weiß, letztes Jahr Herr Flöter hätte es fast geschafft, das Spiel zu crashen, als er geraten hat. Das war großartig. Aber es hat nicht geklappt, weil dafür ist es ja Herr Flöter. Ich fange an mit dem ersten. Was bin ich? Was immer es ist. Wie gesagt, es kann Rester sein. Es kann alles, was aus der Welt des Resting ist. Erster Hinweis für acht Punkte. Buzzer sind freigeschaltet. Ich gehöre zur WWE. Da traut sich noch keiner. Zweite Aussage oder zweiter Hinweis für sieben Punkte. Ich bin 38 Jahre alt. Ich gehöre zur WWE. Ich bin 38 Jahre alt. Auch das ist noch zu vage für die beiden. Dritter Hinweis für sechs Punkte. Mich gibt es 22 Mal. Was könnte das sein? Ich gehöre zur WWE. Ich bin 38 Jahre alt und mich gibt es 22 Mal. Lese den vierten Hinweis vor für fünf Punkte. Zuletzt war Finn Balor ganz nah dran. Das ist der Chris. Was suche ich? Den World Heavyweight Teil. Den WWE World Heavyweight Championship. Ihn gibt es 22 Mal. Ich denke nicht, Chris. Ein Punkt für den Herr Flöter. Ihr könnt weiter. Ihr könnt auch jetzt direkt. Ich mache den Buzzer frei. Ihr könnt sofort buzzern, wenn ihr möchtet. Ihr könnt noch abwarten. Ich lese den fünften Hinweis vor. Nur einer hatte zweimal Erfolg mit mir. Was könnte das sein? WWE, 38 Jahre alt. Es gibt mich 22 Mal. Finn Balor ganz nah dran. Und einer nur hatte zweimal Erfolg mit mir. Drei Punkte gibt es. Jetzt mein erster Sieger war Don Morocco. Kann sein, dass jetzt im Chat schon einige aufschreien. Die Älteren vor allem. Don Morocco, das erste Mal. Herr Flöter, was suchen wir? Den IC-Title. Den IC-Title. Auch den gibt es nicht 22 Mal. Das passt nicht. Der war auch junger. Ein Punkt für den Chris Melzig. Ich stelle den Buzzer wieder frei. Möchtet ihr nochmal raten. Dann gehen wir zur siebten. Zum siebten Hinweis und dem vorletzten. Mein aktueller Sieger ist Xavier Woods. Das ist... Ich habe gewassert, oder? Ich bin dran. Ja, du bist dran. Dann ist es der King of the Ring. Es ist das King of the Ring schon hier. Tatsächlich zwei Punkte für Chris Melzig. Letzter Hinweis wäre gewesen. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Don Morocco damals noch. 1985 erster King of the Ring-Sieger. Zweimal war natürlich Herr Flöters Bret Hart. Ja, ich habe auch an King of the Ring gedacht. Aber ich hatte komplett vergessen, dass es das Ding ja auch außer von Pay-Per-Views gab. Denn das war erst irgendwann Mitte der 90er. Ja, ja. Das war in der ganzen Zeit ein Haus-Shows. Ja, ja. Ich glaube sogar die Bret Hart-Zeit war das. Ja, ja, ja. Jetzt hat man wieder rausgeholt. Xavier Woods nach wie vor der amtierende König-Träger. Aber die Krone wird ja kaputt gemacht von Roman Reigns, aus unserem Tribal Chief. 3 zu 1 für den Chris. Das ist noch nicht durch, aber mal gucken. Wir gehen in die zweite Runde. Wasser, bitte. Selbstverständlich. Was bin ich? Acht Punkte. Ich bin regelmäßig zu sehen. Kann natürlich alles sein. Sieben Punkte. Allzu oft kam ich aber auch noch nicht. Klingt eigentlich besser nach einem Flöter, aber... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin das immer da. Sechs Punkte, wenn ihr es mir jetzt sagt. Mich kaufen 100.000 bis 200.000 Menschen. Regelmäßig zu sehen. Allzu oft aber nicht. 100.000 bis 200.000 Menschen kaufen mich. Fünf Punkte. Ich bin Teil einer jährlichen Quadrologie. Jetzt muss ich mal wissen, was eine Quadrologie ist wahrscheinlich. Ich gebe den Tipp, es ist das gleiche wie eine Trilogie, nur mit vier. Marcel. Ja. Ich weiß es doch nicht. Vier Punkte. In mir wurde 2019 der erste Champ gekrönt. Flöter. Double or nothing. Es ist nicht double or nothing, Herr Flöter. Punkt geht an den Händen. Melzig. Vier zu eins. Ich gebe die Buzzer jetzt wieder frei. Chris. All out. All out stimmt. All out ist richtig. Der erste Champ war bei all out. Bei double or nothing wurde nur der Kontrahent festgelegt. Das waren vier Punkte. Acht zu eins. Huiuiui. Huiuiui. Sage ich da nur. Jetzt wird's spannend. Äh, was wäre noch gewesen? Ich wohne in Chicago. Nimmt man mich wörtlich, geht alles aus. Und nach mir hat sie am Anfang Kuchen gegessen. Dann hätte es auch der Herr Flöter gewusst. AEW all out wurde gesucht. Ach komm, der Chris wusste nicht mal, dass wir über AEW Pay-Per-Views reden. Da bin mir sicher. Dann hat er gerade die hat ihn komplett gekillt. Ich habe sein Gesichtsausdruck gesehen. Das ist richtig. Aber das ist eine Falte. Das ist eine Quadrologie, bitte. Ich bin doch mal wrestling. Es gibt viele AEW Pay-Per-Views jedes Jahr. Eine jährliche Quadrologie. Und die Regelung findet jedes Jahr statt. Und zwar immer am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende. Allzu oft aber auch nicht den ersten Jahr 2019. Das stimmten alle. Könnt ihr mir nichts vorweisen. Nee, nee. Es war bloß die Frage, welcher es ist. Ja. Und du hattest eine Chance von 1 zu 4 offensichtlich. Ja. Dann sieht es jetzt wie folgt aus. Wir haben nur noch eine einzige Möglichkeit, jetzt Punkte zu holen. In diesem zweiten Halbfinale. Es steht 8 zu 1. Und wir wissen ja, man kann 8 Punkte holen. Man kann aber auch Minuspunkte machen, Chris. Man kann auch Minuspunkte machen. Das kann ja Chris sich jetzt selber überlegen, ob er das gerne machen möchte. Ja klar. Ich bin gespannt. Du kennst die Strategie. Du weißt, was zu tun ist. Ich lese vor. Erster Hinweis. Also sind freigegeben. 8 Punkte gibt es. Ich bin eine Wrestlerin. Flöter hat getippt. Es ist natürlich. Es ist natürlich Natalia. Natalia war heute schon dran, ne? Wir haben schon viel über Natalia geredet. Das wäre ja ziemlich blöd, wenn ich das nochmal machen würde. Nein, es ist nicht Natalia. 1 zu 9. Du änderst doch den Namen im Hintergrund. Hör doch auf. Es steht 1 zu 9. Ich resette wieder die Barsche. Eigentlich ist es jetzt schon durch, weil wir kriegen ja nur noch einen Unentschieden. Herr Flöter, willst du nochmal wissen, wer war es? Charlotte Fair. Nein, das war auch nicht Charlotte Fair. Und damit spätestens jetzt Chris Melzig ist unser Finalist im Visierigen Sommerfest. Er kann noch Minuspunkte machen. Das ist richtig. Fairerweise. Chris, würdest du der Spannung halber noch ein paar Minuspunkte machen? Ähm, nö. Aber wir spielen die Liste zu Ende, weil da habe ich jetzt auch Bock drauf. Ich habe mir die auch vorbereitet und so. Aber das Spiel ist ruhig. Was soll's? Herr Flöter möchte nochmal raten. Du sagst jetzt nicht alle Wrestlerinnen. Sag es. Schotzi. Nein, Schotzi ist es auch nicht. 7 Punkte. Ich gebe das wieder frei. Meine Karriere in den Indies begann als Davina Rose, Herr Flöter. Du darfst jetzt einmal pro Antwort raten. Ansonsten geht das auch hier in die Länge. Dann ist es ganz klar. Dann ist es ganz klar. Davina Rose war natürlich Sonja de Vil. Nein, war sie nicht. Die heißt doch Davina, oder nicht? Nein, was weiß ich. 2015 war ich für den Wrestling Observer der am meisten verbesserte Wrestler weltweit. Einmal dafür für Flöter Buzzern. Wer war das? Warte, spannend. Obwohl keine Spannung mehr da ist. Britt Baker. Nein, Britt Baker war es nicht. Ich habe eine Pogo-Stick-Sammlung. Jetzt musst du es doch wissen. 5 Punkte. Da drückt er nicht mal. Komm schon, komm schon. Für den Joker. Für den Joker. Ähm. Ähm, ähm, äh, äh, hier. Asuka. Nee, Asuka ist es auch nicht. Ich weiß ja, wer dem Elsig jetzt wissen würde. Er kann ja nichts mehr verlieren eigentlich, ne? Komm, komm. 4 Punkte. Ja, komm, meiner geht's. Ja, Chris. Es ist Bailey. Es ist Bailey. 2020 gewann ich als Slammy Award für den Verrat des Jahres. Ich war mit einem AEW-Rester verlobt. Mein aktueller Finisher ist an meinen Indie-Namen angelehnt. Deswegen der Rose Plant, Steuerung alt, entfernen, wäre der letzte Hinweis gegeben. Er, 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 Chris Melzig ist es wunderbar. Ich gratuliere dir. Du bekommst jetzt deine, wie viel waren es? 3 Punkte. Und stehst damit in der diesjährigen Sommergrüße. Du kannst Sommerkönig of the Ring werden. Herr Flöter ist leider, 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 leider raus. Aber er hat das allererste Mal in einem Sommerquiz eine Runde gewonnen. Das gab es zwei Jahre in Folge nicht. Was? Bin ich jetzt weiter? Chris Melzig. Nein, bist du nicht. Chris Melzig sehen wir wieder im Finale gegen den amtierenden Sommerkönig. Und im Jahr davor war er ja auch im Finale, bis ich ihn gescrewt habe. Ja, dann sind wir jetzt raus. Ich möchte sagen, ich möchte sagen, ich möchte sagen, ja, das ist das wahre Wrestler-Duell. Dieser Max-Star, der ist ja gar nichts. Ja, ich sage, wir sind raus. Ihr könnt natürlich noch die Stimmen danach von uns hören. Ja, wir werden noch weiterreden für alle Patches und Kanalmitglieder. Da hört ihr noch mal ein bisschen, wie der Chris Melzig gewonnen hat. Ich glaube, Herr Flöter hat zu viel falsch gemacht. Das war wahrscheinlich die Analyse. Wir sehen uns bis dahin im Finale. Ich bin jetzt schon spannend. Bis dahin, ciao. Ich komme. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.